Ok Ich hab nur eine Frage Ok Nein Wuhu Oh Und schon wieder Ich weiß nicht warum Aber ist immer so Ich hoffe Oder ich weiß jetzt nicht ob ihr es hört Oder nicht So Schon wieder Ich schneide die dann wahrscheinlich irgendwie alle raus oder so Oder ich erinnere mich gar nicht dran Und ich schneide sie nicht raus Je nachdem was passiert So Ventil Öffne das Ventil Wieso geht es jetzt schon wieder so los Hat der Probleme beim Schreiben oder Ist die Festplatte voll oder Irgendwie sowas Nein Wieso nur Ja Die Frage ist jetzt So Schnauze Naja Die ist wahrscheinlich dann da drin Wahrscheinlich mit irgendeinem dummen Kampf Hm Aua Musst du mir wehtun Schnauze Na Verdammt Hm Hm Okay auf jeden Fall Seh ich dich jetzt So Alles kaputt machen und alles und wieder alles Alles kaputt machen und alles und wieder alles Okay Wir gehen dann einfach mal immer der Schnauze nach Oder Oder freiner Schnauze Oder Wie auch immer Ihr wollt Oh Oh Alles war viel allein Ein introvertiertes und einsames Kind vermutlich Ihre Schwester obwohl liebevoll war zu alt um Spielkameradin zu sein Ach also waren wir auch noch äh Ja wie heißt es Nein Nein Okay wir können nicht Sprinten Während das laufen Wir waren also auch noch Pfff Hallo Jagt mir nicht nochmal so einen Schreck ein So wo musste ich hin Ach Ach da war ich Gut dann Hier Ich war wohl auch ein bisschen in mich gekehrt und Und Auch ein Pott Wow Aua Mono-Skill-Using Aua, weg hier Aua, weg hier Was soll denn da für eine Herausforderung drin sein? Aua Okay Das war nicht ganz so schön Wenn ich jetzt nur noch ein halbes Herz habe Okay Ja, natürlich möchte ich fortfahren Deshalb spiele ich das Spiel wohl Oh Ich hoffe den einen Augenpott habe ich schon besiegt Nein Nein Wow Wow, ich sehe nichts Woohoo Woohoo Oh ah Oh ah Oh ah Aua Und, und, und Komm, her Okay So, ich hab's verstanden Man muss die erst mit der Pfefferkanone lahmlegen Oh, hey Wuhu Anmisieren, Pfefferkanone Und 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 Wow So, wie komm ich jetzt da hoch So Jetzt Heißt es Laufen Bevor die mich erwischt X, 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 X Hallo Ah So, ich Woho Oh, scheiße Woops Back here Oh Oh, ja, ich hab dauernd auf die falsche Taste gedrückt zum Teleporten Und deshalb hab ich gar nicht geteleportet Wie witzig So Hier seh ich nichts mehr Dann Oh Tchuu 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 So, so langsam könnte auch mal der Hutmacher vorbeigucken Oh Schlecht Hut Okay Also man muss sich beeilen So Hopp 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 Und Hopp Hopp Nein Ja Katze Sag mir Bescheid Zeit besessen Finde ihn Oder deine Zeit könnte kommen Wow Okay Das geht auch nicht Wart mal Kann man da Vielleicht Genau Durchspringen Nein Kann man nicht Schade Oder Nein Gut Gut zu wissen Dann versuchen wir es mal Verdammt Das geht auch nicht Ich